Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir ein paar miese Level geschafft und jetzt machen wir Jaws of Darkness. In der letzten Folge haben wir Licht ausglaublich gemacht und jetzt haben wir Jaws of Darkness. Okay. Au! Sack! Wie spinnig, haut dich weg, ey. Wow. Wie doof das hier schon wieder ist, ey. Der hat mich ja wieder tötet, ey. Äh, äh, äh? Piss dich. Mir geht schon wieder ihr Leben aus. Ich hatte irgendwie... ...bevor ich, nachdem ich im Opa gegangen bin, irgendwie wieder... ...voll viele Leben gehortet. ...und so, 29 und so. Jetzt hab ich wieder... ...wie viel? 14! Meine Güte! Da läuft doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Wie schafft das nicht? Also ich hab mich da gesehen, wie ich das geschafft habe. Gibt's doch nicht. Nein! Oh! Meine Güte, ey. Was ist jetzt bald? Ich kann ihn mir nicht mehr so oft leistens fighten. Ja, Akku, Akku, da brauch ich auch hier. Ich hab mich grad gesehen. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Oh, shit! Ah! Ich versuche mich ja eigentlich, gesagt, nicht beim letzten Planen so oft aufzuregen, aber das ist doch nicht wahr. Ahaha. So, manchmal ist das doch echt nicht wahr. Ja, das ist bitte nicht direkt beim ersten Ding. Ja, das bringt's ja auch irgendwie. Wenn ich hier dauernd runterfalle. So, Checkpoint. Bitte. Oh! Das war nicht den gleichen Mist, ja, wie in der letzten. Na, oh! Diese verdammte Dinge! Komm euch da an! Ich tippe nur einmal an. Wegen dieser verdammten Rolle tue ich mich aber noch... Boah! Tue ich mich natürlich noch 10 Meter weit hier bewegen. Ah! Ahak! Gott, Gott, Gott! Oh, Scheiße! Ich muss echt aufhören damit. Ah! Dreck! was ich sag euch alles bevor ich die proben wie ich irgendwo leben fahren hallo das ist aber nicht mehr witzig warum tue ich jetzt bei den scheiß plattformen die ganze zeit runterfallen man doch ist wie ich checkpoint hätte ich gerne danke wahrscheinlich kommen wir noch viele mäuse oder irgendwie so ne Ja. Oh man! Nein! warum funktioniert das spiel nicht mit analog ja ich fange gleich an zu holen auf männliche weise natürlich checkpoint bitte ich habe nur sieben leben nicht dass das irgendeinen unterschied macht wenn ich verreckt aber was das ist doch mal ein checkpoint hier wie unfair nein ich habe es vergessen ich bin gleich schon wieder ich bin gleich schon wieder dann würde ich jetzt gerne behalten danke jetzt war nicht wie ich jetzt anders gestanden habe als vorhin aber wenn ich gut dass ich den behalten darf so ja es macht spaß ist es ist schwer aber das heißt jetzt nicht als irgendwie ein schlechtes spiel ist zum teufel danke das sind cortex dinge sehe ich auf die drauf springen ich nehme anja das ist die symbol sehr gut dann kann ich ja speichern bald wenn ich jetzt überlebe wir sind ja ich auf den arm nehmen oh gott ok das ist ein bonus das ich nie entdecken werde weil ich irgendwie noch kein einziges davon gesehen ab bleibst du da nein so bekam ich verwartet ich wollte gerade sagen jetzt geht es eigentlich schon wieder und dann falle ich direkt runter das sieht aus als er hat so zwei plattformen die nach oben gehen aber die dünne was ich habe den sperr berührt da kann man nicht sterben wenn er mich so durchbohrt hätte ich hat da verstanden hätte ich auch nichts gegen gesagt aber ich habe in berührten holzstock akku akku der ist auch aus holz den berühr ich auch was was ja was 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 ich hoffe ich kann auch dann da wenn ich den aktiviert habe den speichpunkt dass ich ihn aktiviert bekomme so jetzt einfach nur bis zum ende schaffen und speichern mehr verlange ich nicht ganz vorsichtig vollkommen egal auch wenn ich da durch ein paar leben vielleicht weg puste was ich nicht gemacht habe sehr gut ich wusste es irgendwo da oben sind welche versteckt hilfe sehr gut 60 prozent noch sechs level noch diese aufnahme ist ja schon erschaffe ich möchte jetzt nicht extra für den letzten boss oder so hier ein paar level jahre verschwenden da ist das ziel aber hier kann mir nicht passieren ich habe ja direkt hier vorne check point auch sehr gut ist noch fünf level und zwei davon sind bosse das weiß ich einer ist muss ja cortex sein seines nehme ich mal in brio kassi machinery schnuppern wir mal da rein vielleicht schaffe ich dir das hat ja eine einfache level die können man nicht töten irgendwie mann wer so ironisch gewesen wenn ich irgendwie gesagt habe vielleicht eine einfache leben und dann komme ich auf einmal zum ziel man SAN! NNNNNNNNNNNNNN! So ein Verwandter von... oh! Spre ich immer direkt ab, wenn ich irgendwas sehe. Woh! Sehr gut, eine Maske, die ich gleich verlieren kann. So. Was? Runter? Okay. Ich warte ja noch bis irgendwann mal, weiß ich nicht, so ein... Bis sie irgendwie verlangen von einem, dass man irgendwo runterspringt. Und man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Irgendwie so Try and Error. Aua. Also das Spiel hat es bis jetzt noch nicht gemacht. Aua. Ah. Also so unfair war das Spiel da noch nicht. Muss man ja auch mal sagen. Ach, ich bin direkt wieder hier. Okay. Ich fühle mich so unsicher ohne Akku. Sehr gut. Könntest du da runter eigentlich? Lass mal mal. Ha. Hä? Komm schon. Dreck. Dreck. Ich geh nochmal, Game Over. Ich seh ja doch. Oh. Ich mag solche komischen Sprünge nicht eh. So. So machen eigentlich, ne? Einfach da hinlaufen. So läuft's so. So läuft's so. Oh, lecker! Tsch tsch tsch. Tsch tsch tsch. Hier ist noch ein schöner Sänger, der Akku, Akku. aber ich freige denn in den linden herunter ich habe das gefühl ich glaube irgendein kreis mehr nicht gierig sei ja gerade die wollte mich umbringen so muss man langsam wieder nicht ist jetzt sein oder aber vom checkpoint direkt oh gott hey was ist das denn so ich sehe schon was ich da machen musste direkt ich erwarte nicht nur aus wenn ich weiß was das war erst vor zwei sekunden gesehen das gibt es einfach nicht dann haben wir euch mal auf diesen scheiße dinger zu finden also das leben jetzt ohne ich habe noch nie mit mir ja doch da lang bitte bis wir gehen hallo über dennoch wieder runter danke töten hat kann ich keine sorge das war tatsächlich eine herausforderung sein oh ja oh ja sehr geil jetzt wollte ich wieder einen speicherpunkt in der nächsten folge können wir gegen nitros brio kämpfen sehr gut dann würde ich sagen ich bin in dem party und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play crash band code ich bleibe mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge